Ja, jetzt kommt Maxi Rohr, der hat mir sehr gut gefallen, alles klar, gut, guter Junge, immer freundlich. Maxi, ich fahr jetzt gleich zum Hotel. Weißt du warum? Die spielen doch morgen gegen Pauli Nürnberg. Ich treff Jan und Vinci, die grüß ich. Ja logisch mach ich, ja logisch, alles klar.